Hallo meine lieben Freunde des Geflicken Kabelsalats und herzlich willkommen zum sechsten Teil meiner Tutorial-Serie Wie geht eigentlich ESP Home? Im heutigen Teil möchte ich mir mit euch gemeinsam einmal ansehen, wie man Binary Sensoren mit ESP Home an einem D1 Mini betreiben kann. Binary Sensoren sind all die Sensoren, die nur den Status an- oder auskennen, wie zum Beispiel hier dieser Lautstärkensensor. Das ist einfach nur ein kleines Mikrofon. Hier über diesen Drehregler kann ich einen Pegel einstellen. Ist es in dem Raum lauter, liefert dieser Sensor ein High-Signal, ansonsten ein Low-Signal. Mehr Zustände gibt es hier eben nicht. Das gleiche, was die meisten noch eher kennen, ist so ein Bewegungsmelder. Entweder Bewegung da oder Bewegung nicht da, also Ruhe. Und ein drittes Beispiel wäre hier so ein Helligkeitssensor. Auch hier können wir einen Helligkeitswert einstellen. Genauer gesagt stellen wir einen Widerstandswert ein, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Auch dieser sagt einfach nur, es ist heller als der eingestellte Wert oder es ist dunkler. Also wir haben immer nur an oder aus und das heißt, diese Sensoren liefern uns alle entweder ein High-Signal oder ein Low-Signal auf unseren GPIO-PIN. Deshalb sind es GPIO-Binary-Sensoren und um diese soll es im heutigen Video einmal gehen. Wir quatschen hier jetzt gar nicht mehr lange rum, sondern steigen direkt ins Video ein und wechseln einmal runter ins Büro. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du 10 zweilagige Platinen für nur 5 Dollar. Als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz-PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium-PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitt. Aber auch die Auswahl bei 3D-Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall-3D-Druck mit vier verschiedenen Metallen angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter PCBWay.com und hier geht's jetzt weiter mit dem Video. Im Büro angekommen legen wir auch direkt los und gehen als erstes mal nach ESPHOME. Hier legen wir uns für heute ein neues Projekt an. Nennen wir es mal Binary Test. WLAN und Passwort-Zugangsdaten kopiere ich gleich noch rein. Jetzt fragt er uns wieder nach einem Board. Hier sage ich immer Skip this step und wähle ein spezifisches Board. In unserem Fall ist das wieder ein D1 Mini. Wir gehen auf Next und unser neues Projekt ist angelegt. Gehen wir hier direkt mal auf Bearbeiten. Die WLAN-Zugangsdaten ersetze ich mal hier mit meinen Secrets. Die Kommentare brauchen wir auch nicht. Und dann kann es auch schon losgehen. Bleibt nur noch die Frage, was müssen wir denn jetzt hier überhaupt eintragen? Dazu wechseln wir mal auf die Homepage von ESPHOME. Klicken hier oben mal in das Suchfeld und suchen jetzt hier mal nach Binary GPIO. Und hier suchen wir jetzt genauer genommen die GPIO Binary Sensoren. Und zwar diesen Punkt hier. Den wählen wir einmal aus und dann sehen wir jetzt hier schon, wie unser Sensor im Home Assistant aussehen könnte, inklusive dem zugehörigen Code-Beispiel. Bevor wir das jetzt übernehmen, schauen wir uns mal eben die möglichen Parameter an. Wie immer zuerst müssen wir angeben, welche Integration wir jetzt gerade definieren wollen. In unserem Falle wäre das Binary Sensor. Wie wir eben schon gelernt haben, handelt es sich dabei um Sensoren, die nur zwei Zustände kennen und zwar an oder aus. Nachdem wir nun die Integration angegeben haben, müssen wir jetzt unseren eigentlichen Sensor definieren. Binary Sensor ist wieder eine Liste. Das heißt, unsere Einträge müssen mit einem vorangestellten Minus maskiert sein. Und da unser Eintrag, also unsere Sensor-Definition, der Binary-Sensor-Liste untergeordnet ist, muss dieser gesamte Eintrag, zwei Leerstellen, eingerückt werden. Das heißt, wir haben hier zwei Leertasten, dann ein Minus, weil es sich um einen Listeneintrag handelt und dann Leertaste, Plattform-Doppelpunkt, GPIO. Alle weiteren Attribute wie Pin, Name und Device-Class, die direkt zu unserem Sensor gehören, werden jetzt hier gerade untereinander angeordnet. Das heißt, vor Pin, vor Name und vor Device-Class haben wir jeweils vier Leertasten. Schauen wir uns jetzt also noch einmal die Attribute etwas näher an. Als erstes Attribut hätten wir das Attribut Pin. Hier wird angegeben Pin D2. Wie wir schon gelernt haben, können wir hier natürlich auch wieder GPIO-2 oder ähnliches schreiben. Ich bevorzuge aber auch die Schreibweise D2, denn dann muss ich nur auf das Board gucken und mir nicht noch überlegen, welcher GPIO steckt denn jetzt wirklich dahinter. Und natürlich handelt es sich bei der Pin-Angabe hier wieder um den Pin, an dem an unserem D1 Mini in dem Fall unser Binary-Sensor-Data-Pin angeschlossen ist. Das nächste Attribut, was wir hier haben, ist der Name. Der Name ist genauso wie Pin eine benötigte Angabe und ist vom Typ String. Unter dem Namen, den wir hier angeben, wird unser Sensor hinterher auch im Home Assistant angezeigt. Dann haben wir hier wieder die optionale ID. Und auch beim GPIO-Binary-Sensor haben wir natürlich wieder alle Eigenschaften zur Verfügung, die den allgemeinen Binary-Sensoren zur Verfügung stehen. Werfen wir da auch mal eben kurz einen Blick drauf und auf einige gehen wir nachher auch noch ein. Der wohl wichtigste Punkt ist die Device-Class, denn es gibt, wie wir eben ja schon gesehen haben, verschiedene Arten von Binary-Sensoren. Da wären zum Beispiel Fenster- und Türkontakte, da wären Helligkeits-Sensoren, die nur an- oder auskennen, da gibt es Lautstärkensensoren und, und, und. Und damit unser Home Assistant am Ende auch weiß, um was für eine Art von Sensor es sich handelt, gibt es die Angabe Device-Class. Hier in dem Beispiel wird zum Beispiel Device-Class Motion gesetzt und Motion, dabei handelt es sich dann eben um einen Bewegungsmelder. Die Angabe der Device-Class ist nicht zwingend notwendig und sie muss noch nicht mal stimmen, aber es macht für uns natürlich die Sache einfacher, weil uns durch die Angabe der richtigen Device-Class die entsprechenden Icons angezeigt werden und eben auch passende Texte. Was genau das heißt, schauen wir uns nachher im Detail noch an. Wenn wir jetzt wissen möchten, welche Device-Klassen uns alle zur Verfügung stehen, dafür gibt es hier unter diesem Link eine Liste. Und wenn ich hier einmal runterscrolle, dann seht ihr hier Non-Generic, das wäre also der Standard, der kennt einfach an- oder aus. Und hier steht auch hinter, das ist der Standard und muss nicht gesetzt werden. Und hier seht ihr jetzt eine lange Liste an Device-Klassen. Wenn ihr zum Beispiel sagt Device-Class Window, dann weiß Home Assistant, das ist ein Fenster- und Türkontakt, und interpretiert dann den Zustand On als Offen und den Zustand Off als Closed, also geschlossen. Wenn man aber hingegen zum Beispiel Sound als Device-Class angibt, dann hieße On, dass ein Ton erkannt wurde, und Off, dass eben kein Ton erkannt wurde, also gerade Stille herrscht. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an, machen wir jetzt erst einmal weiter. Als weiteres Attribut, welches uns Binary-Sensoren noch zur Verfügung stellen, gibt es Filters. Mit Filters haben wir die Möglichkeit, das Verhalten von unserem Binary-Sensor zentral zu beeinflussen. Auch für die Filter gibt es wieder eine eigene Dokumentation, schauen wir uns die auch einmal eben kurz an. Der wichtigste Punkt, über den man wohl früher oder später stolpern wird, ist der Punkt Invert. Denn einige Binary-Sensoren liefern uns ein Signal, welches genau andersrum arbeitet, als wir es vielleicht erwarten. Heißt zum Beispiel, dass ein Helligkeitssensor, wenn es heller wird, eventuell Off signalisiert und erst bei Dunkelheit On. Wenn wir das aber genau andersrum brauchen vom Verhalten, dann haben wir hier zum Beispiel mit Filters Invert die Möglichkeit, genau diesen Zustand umzudrehen, das eben On zu Off und Off zu On wird. Hier steht es auch nochmal Invert, Simple Filter that just inverts every value from the Binary-Sensor. Also hier wird einfach das Signal des Sensors einmal umgedreht. Dann gibt es hier noch diverse Delay-Filter. Diese sind dafür da, um gegebenenfalls unser Sensorsignal zu verzögern. Delayed On verzögert zum Beispiel das Sensorsignal um die angegebene Zeitdauer, wenn der Sensor von Off nach On wechselt. Das gleiche können wir hier auch mit Delayed Off für den Wechsel von On nach Off umsetzen. Und wenn sich beide Zustandswechsel gleich verhalten sollen, dann können wir das auch direkt in einer Angabe über Delayed On Off realisieren. Dann gibt es noch die Punkte Auto-Repeat und Lambda. Aber auf diese beiden möchte ich in dem Video nicht weiter eingehen. Hier auf der linken Seite seht ihr auch noch, es gibt auch noch Binary-Sensor-Automatisierungen. Auf diese kommen wir aber in einem späteren Video noch zu sprechen. Gehen wir jetzt also wieder zurück in die Standard-Dokumentation von GPIO-Binary-Sensoren und kopieren uns jetzt einmal hier dieses Beispiel. Damit wechsle ich zurück nach Home Assistant, gehe hier nochmal in mein Binary-Testprogramm und hier fügen wir jetzt unseren Beispielcode einfach einmal ein. Der erste Sensor, den ich jetzt angeschlossen habe, ist an D1 angeschlossen und dabei handelt es sich um einen binären Helligkeitssensor. Plattform GPIO passt also. D2 ändern wir in D1. Nennen das Ganze jetzt hier einmal Test-Helligkeitssensor. Und jetzt müssen wir einmal schauen, welche Device-Class wir hier brauchen. Ich klicke vorher mal eben kurz auf Speichern. Schauen wir also nochmal in die Device-Classes und hier sehen wir Device-Class Light. Also wählen wir jetzt hier auch Device-Class Light aus und machen weiter. Als zweiten Sensor habe ich jetzt noch einen Lautstärkensensor an D2. Das ist also einfach ein kleines Mikrofon, welches ab einem bestimmten Pegel ein High-Signal liefert und ansonsten eben ein Low-Signal. Das heißt, auch hier können wir jetzt einfach unseren Beispielcode wieder einfügen. Das Binary-Sensor brauchen wir jetzt an dieser Stelle eben nicht mehr, denn das steht ja schon hier oben und darf auch nicht doppelt vorkommen. Aber da es sich ebenfalls wieder um einen Binary-Sensor handelt, fügen wir diese Konfiguration jetzt einfach unter unserer Integrationsangabe hinzu. Es ist also wieder ein Listeneintrag, also vorangestelltes Minus, davor zwei Leertasten. Wir haben wieder die Plattform GPIO. In dem Fall passt schon der Pin an D2. Den Namen ändern wir auf Test-Lautstärke und suchen jetzt noch einmal die passende Device-Class. Da ist sie auch schon. Und zwar wäre das ein Sound-Sensor, der uns eben angibt Sound-Detected oder eben nicht. Also Device-Class Sound, wir speichern und sind eigentlich schon fertig. Installieren wir das Ganze doch direkt mal auf unseren D1 Mini. Dieser ist an meinem PC am USB-Anschluss angeschlossen. Also Plug into this Computer, USB auswählen, verbinden und unser Programm wird installiert. So, unser Programm wurde installiert. Ich klicke hier mal auf Close. Und wie wir sehen, hier ist unser Binary-Sensor auch schon online. Binden wir nun also unseren Binary-Sensor mal direkt ins Home Assistant ein. Da er uns keine Benachrichtigung über den neuen Sensor liefert, müssen wir das Ganze jetzt von Hand machen. Schauen wir also mal eben in die Logs, welche IP-Adresse unser Sensor erhalten hat. Hier oben sehen wir die 160. Das kopiere ich mir. Dann gehen wir auf Einstellungen, Integrationen und sagen Integration hinzufügen. Suchen hier nach ESPHome. Tragen hier unter Host die IP-Adresse unseres D1 Mini ein und sagen Absenden. Die Integration war erfolgreich. Hier sehen wir nochmal Binary-Test D1 Mini. Bereich auswählen könnt ihr machen. Ich lasse das jetzt mal und sage einfach Fertig. Und hier ist unser Binary-Sensor. Ein Gerät, zwei Entitäten, denn wir haben ja zwei Sensoren an unserem D1 Mini definiert. Binden wir diese jetzt mal in die Oberfläche ein. Ich gehe dazu mal hier auf meinen Reiter Test, sage Benutzeroberfläche konfigurieren und füge eine Karte hinzu. Als Karte wähle ich jetzt hier die Elementekarte, schmeiße hier unten einfach mal die vorgeschlagenen Entitäten raus, suche jetzt hier mal nach Test und hier sehen wir Test-Helligkeitssensor und Test-Lautstärke. Also die beiden Binary-Sensoren, die wir in unserem ESPHome definiert haben. Die wähle ich jetzt hier einmal aus. Dann sagen wir hier als Titel mal noch Binary-Test-Sensoren und ich sage Speichern. Den Tonsensor seht ihr ja schon, der flackert jetzt schon immer, wenn ich hier spreche. Damit wir den Helligkeitssensor jetzt aber auch etwas besser prüfen können, fügen wir hier noch eine Entität hinzu, und zwar das Bürolicht. Ja, nun haben wir alles, was wir benötigen, um unsere Sensoren zu testen. Und ihr seht, wenn ich spreche, dann erkennt der Sensor das hier auch und meldet das immer mit Erkannt. Bei Ruhe steht hier Normal. Und wenn wir jetzt mal den Helligkeitssensor betrachten, dann steht dieser auf Licht erkannt. Wenn ich jetzt mal das Licht einschalte, dann seht ihr kein Licht. Das heißt, der Tonsensor, dieser liefert uns On, wenn er einen Ton erkannt hat. Also ein High-Signal, also genau richtig rum. Bei dem Helligkeitssensor verhält es sich eben genau anders, als man es eigentlich erwarten würde. Denn hier sehen wir, Licht ist an und er meldet kein Licht. Licht ist aus und der Sensor sagt Licht erkannt. Heißt hier, dieser Sensor, der arbeitet genau andersrum, als man es eigentlich erwarten würde. Und da kommen wir jetzt zu unserem ersten Filter. Gehen wir nochmal nach ESPHome in unser Binary Test und schauen uns hier noch einmal die Dokumentation zu den Filtern an. Und hier sehen wir jetzt noch einmal Filters Invert. Und wie wir eben schon gelernt haben, Filters Invert dreht eben genau dieses Signal einmal um. Also kopiere ich mir jetzt einfach mal Filters Invert, gehe hier unter meinen Lichtsensor, füge das ein, dann kontrollieren wir nochmal, dass Filters auch wirklich bündig hier mit den anderen Parametern unseres Sensors steht und sagen hier Speichern. Das war's auch schon und wir können das Ganze jetzt installieren. Da wir unseren Sensor jetzt schon geflasht haben und er hier online ist, können wir jetzt auch sagen Wirelessly. Die Installation war erfolgreich. Wechseln wir also nochmal in die Übersicht und jetzt sehen wir hier kein Licht. Wenn ich jetzt das Licht einschalte, meldet er uns dann auch korrekterweise Licht erkannt. Und somit konnten wir mit dem Filter Invert unseren Sensor entsprechend korrigieren. Schauen wir uns jetzt noch einmal abschließend die beiden Filter Delayed On und Delayed Off an. Dazu kopiere ich jetzt hier einfach mal diese drei Filter Einträge, wechsel nochmal ins ESPHome, sag hier Bearbeiten und dann füge ich die Filter jetzt einmal bei unserem Helligkeitssensor ein. Und zusätzlich erweitern wir auch einmal unseren Lautstärkensensor um die Filter. Und beim Helligkeitssensor sage ich jetzt zum Beispiel mal, wir möchten generell das Ein- und Ausschalten mit zwei Sekunden Verzögerung signalisiert haben. Und bei der Lautstärke, da haben wir ja gesehen, die flackerte immer sehr schnell hin und her. Das heißt, das Erkannt war immer nur einen Bruchteil einer Sekunde zu sehen. Und um das zu verhindern, würde ich hier sagen, das Einschalten, das lassen wir ganz normal, wie es ist, aber das Abschalten dieses Sensors, also Delayed Off, das möchten wir um eine Sekunde verzögern. Dadurch müssten wir eigentlich bewirken, dass wir hier ein etwas ruhigeres, konstanteres Einsignal bekommen. Und der Helligkeitssensor ist generell beim Ein- und Ausschalten um zwei Sekunden verzögert. Das speichere ich nochmal und installiere jetzt die aktuelle Version wieder auf den D1 Mini. So, unser D1 Mini ist wieder online, also zurück in die Übersicht auf den Testreiter. Und hier sehen wir jetzt, Lautstärke erkannt, bleibt ruhig auf Erkannt stehen. Licht erkannt sehen wir jetzt auch. Wenn ich also einen Moment ruhig bin, wechselt der Lautstärkensensor auch wieder auf Normal. Das funktioniert also ganz gut. Testen wir jetzt mal die zwei Sekunden Verzögerung bei unserem Lichtsensor. Ich schalte mal das Bürolicht aus. Und wir sehen, wir haben jetzt hier eine zwei Sekunden Verzögerung. Das gleiche auch beim Licht einschalten. Ja, und somit habt ihr jetzt die Möglichkeit, über Filter eure Sensoren entsprechend anzupassen. Das soll es für dieses Video auch gewesen sein. Weitere Eigenschaften wie Automatisierungen etc. schauen wir uns in folgenden Videos natürlich noch im Detail weiter an. Soviel erstmal zum Thema Binary Sensoren am D1 Mini über ESP Home. Ich hoffe, ihr konntet mir bis hierhin folgen und ich habe nichts vergessen. Solltet ihr doch noch irgendwelche Fragen haben, stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren oder kommt gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund ums Thema Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi und 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 diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den ein oder anderen dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns direkt morgen im nächsten Video wiedersehen würden. Da schauen wir uns einmal analoge Sensoren etwas genauer an, wie wir die mit ESP Home am D1 Mini betreiben können. Und bis dahin verabschiede ich mich hiermit und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!